Besser. Ich kann die nicht aussammeln. Ich hab volles Inventar. Wo bist denn du jetzt wieder? Ja, warte. Alleine kämpfen hab ich keine Lust. Ich hab mit dem Eisenspferd. Komm, komm, komm. YOLO YOLO gut verkauft, Du. Ich hab kein Schwert. Ich hab kein Schmerz. Sag Nein, ich hab nicht. Ich hab nicht. Ich hab nicht weg. Wollang mal hier hin,...? doch, ich hab keine Schmerz Nummer. Ich hab keine Schmerzmmm. ich habe hier ich habe ja eins aufgesammelt ja ich habe aber kein holz das ist das ist das ding trug ist ein ding drin schwert für dich ach man das ist das ist kaputt ich habe ich habe ich habe keine spitzacke ich habe eine warte ich habe ich zwei ja ich habe zwei ich dachte gerade mutter fachbar ist ein somit hast du steaks oder holz ja warte kurz mein eisemann nicht verpasst warum macht ich habe warte ich habe sie weg nur meine komm rein jetzt baumann bergmann habe ich bergmann habe ich Ich baue mir mal noch ein Eisenschwert. Eisen kannst du hier haben. Okay, kannst du von mir haben. Habe ich dir zugeworfen. Meine Meteoriten-Argestellrute kann man noch nicht geben. Ich habe eben Diamanten. Kannst du mir ein, ähm, ein Holz geben oder ein Stick? Eins reicht's. Okay, ich habe ihn. Gut, danke. Ein Schwert? Ich habe ihn gesperrt jetzt. Ja, ich habe ihn gesperrt. Guck. Jo, äh, ja, ich kann auch noch eins. Ne, das behältst du dann mal. Ich habe nämlich einen Giant-Spot jetzt. Hier, du kannst auch den Diamant haben. Eine Angel. Da steht ein Zombie. Und? BABO, Jumme! Wow! Da kommen wir jetzt mal ganz viele Zombies. Ah! Auf die! Ich hoffe mal, sein Internet ist jetzt nicht weg oder sowas. Wow! 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 Auf die! In mir! Das ist eine Horde der Zombies hier! Oh Gott! Alter, wie würde ich da vor der Tür stehen? Einfach nur. Ah! Das waren alle. Oh Gott, nein, das gibt noch einer. Okay, warte, 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 warte. Komm, 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 eine Etage höher. Komm, komm, eine Etage höher. Schnitt! die durchschnittlich aufmachen ohne post er ist es nicht nur noch aufmachen ich habe mich um ob es nicht nicht so dürfen wir aufmachen nur als danach ein bisschen nicht so hat mir rechtlich zum boss gehen drin Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe das sand gewollt necker stößt immer da ja vielleicht sind hier irgendwo nur spezielle sachen und warum davon ist ein schokobot nicht aber auch wie macht man sich ein schokobot sattel das ist die frage Leder haben Leder ja wir können auch so gut ein Fleischbraten warte mal warte mal gibt es irgendwie auch so ein Teatmode Rezeptmode würde ich meine Rezeptmode Schokobot Sattel ein Leder eine Faden und eine Goldene Schokobot Feder das heißt ja Leder hast du ein Leder? Wir können aber brennen kurz wir brauchen nur zwei Beine, ja oder? und wir brauchen zwei nein, 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 kann man ansteigen Leder noch und ein Fleisch kann man ein Ding machen wenn man es braten kann man es rauskriegen echt? ja dann lassen wir mal machen aber hier ich habe eine Goldene Fehler auf jeden Fall und wir brauchen zwei und wenn wir Grüße als Süß, dann lass uns hier auch unser Haus hinbauen bei dem alten Thornbrack ähm, ja, wo äh ich habe das Gefühl, wir haben die Folge etwas überzogen, aber jo, da kann man keinen Katt machen theoretisch bei einer halben Stunde ja echt? ja, aber da, bei so einer Situation kann man keinen Katt machen ähm, wenn man keine Sachen ähm, sortieren kann ja, also wir brauchen einen Leder auf jeden Fall, wenn wir ja wohl haben du kannst mal da meine Sachen erstmal rein du kannst den Giant Sport und so, ich hab 5 jahre, man da drinnen entlangensieren kann ich mich was, man da muss ich wieder machen ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl, ich bin 2 2 und wir brauchen wir müssen gucken wir schon so gewohnt werden die fehler wenn wir mehr an die 8 also durch dieses einen kies der kies ja oder ich hatte einen geschlagen aber hier liegt der fehler verdammt hat ihn eingeschlagen keine ahnung guck mal ich habe mal aus seiner kiste die leine haben jetzt so gewusst hatte so gut wie noch ein bisschen glatt zwei winzigen krieg noch grüße als die schnell noch grüße als jetzt schokobus sattel ich habe ich habe Knochen ja aber wo ist also jetzt kommt das erste ganz kurz anpflanzen wir gehen aber ich habe noch ein bisschen ja was ich mache ich mache ich habe es gibt die märkte Warte mal, ich baue die hier jetzt einfach mal, bei mir hier ist eine konkrete Warte. Ja, das können wir ja jetzt, das können wir später machen. Wir haben jetzt erstmal Knochenmehl, komm. Mach mal deinen Hacker. Einfach. Mist, mehr haben wir nicht. Egal so. Äh, wo haben wir den ganzen Knochen? Ach, die hast du schon, oder wie? Ja. Auf die. Genau. Holst du dir erstmal deinen Schokobol oder mein, oder? Haben keinen Knochenmehl. Doch, fünfe. Wir haben 35 Knochen. Achso, das war die Hände, war da oben. Ja, dann, ähm, weil ein Küsse, das habe ich noch. Nee, der Konzept macht es, das ist ein Güter, Güter, es sieht. Ich bin noch mal an der Hacke gerade. Ich mach die, da ist jetzt raus, ne? Oder warte, zack. So, jetzt haben wir doch vor, jetzt haben wir, ne, eins fehlt noch, aber das ist kein Problem, das ist kein Problem, das habe ich jetzt eins haben, das muss nur noch einmal, ah ne, misst egal. So, war mir das hier. Oh, ja. Ach, ich hab, Kind, ich hab, ich hab ich, gibt nur sie in einem Michel und ich hab, hier, haben wir mich hier. nochmal zieht es sich. ich bin nach dem wo du hast du ist das ist meiner das ist meiner mit hier war noch verdammt richtig muss in den ich habe ein doch da 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 das hab ich immer ein das ist okay ich würde gerne einen stahl bauen dann noch weiter daran juhu ich hab nur wo ich auch wir haben sogar mädchen und weibchen können wir züchten bisschen ja warte ich brauche hat man so einen halben stall jetzt ungefähr das soll mal einer werden ja ein haben wir im elektrischen ist manchmal daraus machen können wenn ich es darf fliegelstab komm mal hier zu retten das war ein laufend wir wollen wir auch wenn auch noch größer stadt in dem einen scherz warte ich bin in meinem eigenen stadt haben wir haben auch noch mal vorgelegt haben mit mir oder zocko zu tun ja doch noch mal noch nicht wie soll was für mich soll ich auch nicht mehr ich nicht mehr doch doch ich habe noch sie kümmern machen machen wir haben doch sicher noch ein bisschen er hat man eine fehlende fehler zufällig ich habe ihn gesagt und ich habe noch 10 grüße als sie jetzt warte ach so weit man drauf läuft man immer ein das ist eine goldene fehler wir haben sattel ok so weit wir jetzt drei tschokobus haben würde ich sagen beende ich die folge jetzt auch gleich äh wo ist denn da ist jeder wo ist denn jetzt da muss ich da und bücher ja wir haben die sagt ich habe noch ein mädchen ich habe noch ein bisschen ich habe hier noch ein größer zieht doch jetzt haben wir keine leichte sind sonst hätte ich gesagt man muss dann würde ich sagen haut herein wir sehen uns beim nächsten mal ich hoffe mal also wenn euch die folge gefallen hat wenn ihr sie stand sozusagen mal fandet und unterhaltsam dann geht doch mal ein läufchen nach oben abonniert kommentiert wie ihr wollt und dann würde ich sagen auf und auf die seite aus h3 bis zur nächsten folge der erste folge